Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Fassadenpattern. Und ja, das ist ein Pattern, damit ihr sozusagen mehr Ordnung in die Kommunikation zwischen euren Modulen bekommt. Das heißt, wir sind jetzt bei den Structural Patterns, das ist sozusagen auch eine Struktur und zwar zwischen Modulen, also die Intermodul-Kommunikation, die wird hiermit geregelt. Und zwar ist der Sinn dahinter, dass der Client, der in diesem Fall jetzt, also normalerweise greift man natürlich immer irgendwie auf andere Module zu, aber dieser Client hier, der müsste jetzt, damit er irgendwas berechnen kann, irgendwie ganz wild irgendwelche Sachen aus A machen, dann irgendwelche Sachen aus B machen und deswegen müssten Bar, Foo und Buds alle Public sein. Und das wollen wir möglichst vermeiden, denn wir wollen ja, dass möglichst wenig eigentlich von diesen ganzen wichtigen Schnittstellen oder die ganzen wichtigen Informationen hier, wollen wir möglichst wenig außerhalb vom Modul haben und wir wollen möglichst viel innerhalb vom Modul regeln. Das heißt, wir wollen am Ende auch in der Lage sein, Foo komplett umzuschreiben, ohne dass es andere Module betrifft, sondern nur dieses Modul hier soll dann davon betroffen sein. Und ja, das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Eigentlich ist es auch nicht wirklich kompliziert. Der Trick ist einfach der, der Client greift nicht mehr direkt auf Klasse A und Klasse B zu, sondern der Client greift einfach nur noch über eine Fassade drauf zu, die irgendwas macht. Und diese Fassade macht dann eben New Class A und dann A Punkt, äh, Punkt Bar oder Punkt Foo und dann noch irgendwas mit B und dann machen die noch irgendwas untereinander. Völlig egal. Aber das bekommt der Client alles nicht mit, weil die Fassade das alles macht. Das heißt, die Aufrufe von außen, die werden alle von der Fassade geregelt. Und das ist so der Trick dahinter, dass der Client eben dann überhaupt nichts mehr mitbekommt. Und wenn sich im Modul was ändert, dann muss man nur die Fassade anpassen, aber alle anderen Module bleiben völlig unberührt von dieser Änderung. Und manchmal muss man natürlich nicht mal die Fassade anpassen, aber manchmal muss man halt leider ein bisschen größere Anpassungen machen. Und das heißt auch, es ändert sich irgendwas an der Aufrufkette. Und deswegen muss dann halt die Fassade angepasst werden. Aber eben der Client und vielleicht 50 andere Clients, die auch noch auf dieselbe Variante zugreifen, die müssen alle nicht angepasst werden. Man macht das einmal über die Fassade und gut ist. So, sehr, sehr häufig wird die Fassade mit einem Singleton dargestellt. Das heißt, man hat einfach eine Fassade, die sozusagen als Singleton modelliert wird. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Singleton ist. Ansonsten einfach mal in der Playlist gucken. Da gibt es auch ein Tutorial zum Singleton. Und ja, eigentlich ist es das auch eigentlich schon von meiner Seite. Im Prinzip benutzt man das möglichst in fast jedem Modul, das irgendwie von außen Zugriffe erhält. Das heißt, sowas wie zum Beispiel eine Fassade für die Datenbank ist super, super hilfreich. Stellt euch das einfach mal vor. Man müsste jetzt überall seinen SQL-Code kapseln. Das heißt, man hat im Client SQL-Code, man hat in 50 anderen Clients auch noch SQL-Code. Nein, man schreibt sich einfach in der Fassade sozusagen alles zusammen, was man braucht. Und die regeln das dann mit der Datenbank sozusagen. Okay, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Und ja, ich hoffe, ihr könnt die Fassade nutzen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.